Äh, von denen da drinnen. Ja, okay. Genau. Wir haben zwar gesagt, der Fung Ashman kommt jetzt, aber wir sehen jetzt doch Sebi gegen Ian. Ja. Da haben wir schon noch umgewandelt. Wir sehen Shiki und Sonic. Ja, das finde ich auch cooler als das Steve gegen Sonic Venture, glaube ich. Ja. Also ich mag Pokémon Trainer grundsätzlich einfach ganz gerne. Ah, ja. Sehr gut. Ah, die kann einfach die Pokémon wechseln. Das ist natürlich gut. Das ist ein bisschen komisch an der Sound, aber... Ja. Ja, manchmal... Irgendwas in der Verkabelung ist immer... Hm. Dann ist das mal so. Okay, also jetzt Moment. Jetzt schon Ian auf Glurak geswitcht. Will hier also den Kill holen. Was auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist, denke ich mal. Ja. Wenn er das Momentum halten kann zumindest. Braucht hier noch diesen einen Hit, aber... Oh, da wird gut gegengearbeitet. Oh. Klatsch. Die Fähr auf jeden Fall, aber... Noch ist am Leben. Oh, gut gemacht. Oh, die Back-Air. Stark. Die covered mit dem Flare Blitz. Aber das ist halt auch so ein Mind-Game. Wenn Sonic da anfängt zu chargen, kann er halt jederzeit los. Oh. Du musst da irgendwie drauf reagieren. Ja, genau. Das Ding ist halt auch, wenn du irgendwie anfängst loszulaufen, dann kannst du nicht schilden eine Zeit lang. Hast du diese Dash-Animation? Ja. Initial Dash oder so heißt das. Und genau das kann Sonic halt richtig gut punishen einfach. Deswegen, ähm... Ja, darf man da meistens nicht einfach loslaufen, sondern muss vielleicht einfach gehen. Ja. Das ist bei Sonic auch ziemlich wichtig. Jetzt werden hier wieder die Prozente langsam gesammelt. Shiggy ist wieder am Start. Und holt ja auch echt gut Damage raus. Heute kommt er nicht ganz so gut rein. Ja, Squirtle ist immer ein guter Damage-Dealer. Und ja, ich wollte es gerade sagen, Ivysaur ist ein guter Killer mit seinen Kombos. Hat er gut gemacht. Und jetzt kann er natürlich wieder auf Shiggy gehen. Einfach, weil Shiggy auch, ähm, Low-Prozente hat. Oh! Okay, er kann es noch. Kann noch recovern. Genau, und kann jetzt schön Damage machen erstmal noch. Und vielleicht ein bisschen rumjanken mit der Aqua-Knarre. Das kann auch. Das kann auch manchmal zu Full-Kids führen. Und dieser Samen auf jeden Fall auch ein starkes Pokémon. Damit kann er natürlich auch so ein bisschen Zone, einfach ein bisschen Projectiles raushauen, daraus Connections vielleicht kriegen. Oh, das hat er so gut gemacht. Oh, und? Die AP fehlt noch nicht. Ja, noch reicht der Damage nicht ganz aus. Aber man hat eben nur noch diesen einen Stock. Heißt, Sebi muss sich hier wirklich konzentrieren. Aber macht er jetzt auch echt gut. Kriegt er echt viele Prozente raus. Noch ist nicht alles verloren. Wird ein bisschen getanzt. Oh, X-Mash. Und da holt er jetzt in Ausgleich. Geht es halt darum, noch mehr rauszuholen. Aber auch Ian möchte hier den Killing-Blow setzen. Okay, also Ian versucht auf jeden Fall von der Letge irgendwie ihn zu erreichen mit dem Rankenheb. Hat nicht so ganz geklappt. Ja. Aber er bleibt an der Letge ruhig. Und das ist wichtig. Und noch hält sich Sebi hier wacker. Oh, guter. Das war ein richtig guter Wechsel. Ja. Ansonsten wäre wahrscheinlich die Backend connected, glaube ich. Das wäre natürlich ein bisschen langsamer. Okay, wir sehen jetzt Glurak. Oh, der F-Tilt reicht. Okay. Das reicht hier. Und damit geht das erste Match hier an Ian. Geht in Führung. 1 zu 0. Mit dem Pokémon Trainer. So, ich habe schon gesehen, Flora ist gejoint. Hat nach dem Bracket gefragt. Bitteschön. Bracket ist da. Steht zwar Admin, aber könnt ihr sowieso nicht drauf zugreifen. Von daher. Ja, also das erste Game geht an Ian. Ja. Ich weiß nicht, wie das Set davor aussah, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass er sich dafür entschieden hat, Pokémon Trainer zu spielen. Ja, jetzt auch geht direkt weiter damit. Also da anscheinend wirklich was gefunden, was er gut in den Sonic reinspielen kann. Und das jetzt mal sehen, ob wir das hier ebenfalls weitermachen. Genau, also die weiteren Endizets werden auf jeden Fall hier auf Kill Gaming Port gestreamt. Von daher, wenn ihr das verfolgen wollt, könnt ihr mal ein Follow da lassen. Ja, eventuell dann ja auch Richtung 64er Bracket. Genau, also wenn wir noch Bildschirme rankriegen, dann auf jeden Fall 64er Bracket. Boah, das ist einfach... Das war, glaube ich... Nee, warte, er hat noch Sprung und Api. Okay, er kommt sicher rauf. Und jetzt ist er wieder auf Glurak. Mal gucken, ob er auf Glurak bleibt. Das ist natürlich schon scary. Ich weiß nur nicht, ob er viel Damage machen kann mit Glurak. Ja. Ja, okay. F-Smash. Ich weiß gar nicht, wie er da nicht getroffen wurde von der Attack, der Get-Up Attack. Ja, und jetzt hier ist Sevi erstmal im Vorteil und will jetzt noch viele Prozente auf jeden Fall raufhauen. Ja, das ist immer ein bisschen tricky bei Pokémon Trainer, weil du nicht weißt... Äh... Naja, weil jedes Pokémon halt seine Vor- und Nachteile hat. Ja. Das ist immer nicht so leicht. Also, ich glaube, es ist smart, dass er jetzt auf dieser Klasp geht. Oh. Ja, er... Er kommt nah an den Kill dran, aber... Ja. ...dum ist so ganz. Immer noch auf dem... Oh, okay. Jetzt geht der Glurak weiter. Aber er hat auch schon wieder 104 Prozent. Also, da könnte auch der Killing Blow demnächst kommen. Schön gedodged hier. Aber beide Parteien machen das gut. Und der Kill. Okay. Mal schauen, ob er jetzt... ...für ihren. Er wird wohl, so wie es aussieht, auf Glurak bleiben. Zeit B. Ja. Oh, wow. Auch dafür wird er gepanischt. Okay, diesmal... Oh. Aber das war eine Situation, in der er vielleicht den Stock hätte traden können. Ja. Oh, das ist natürlich gemeint. Da hängt er erstmal ein bisschen verbrannt werden. Oh, oh. Oh, der Early Kill. Ja, und genau darin ist natürlich Glurak gut. Ja. Holt hier also den Stock noch. Sehr gute Leistung. Und es ist wieder even. Und ich glaube, das sehe ich hier am liebsten. Schnell gegen Schnell, Schicke gegen... Ja, das macht echt Spaß. Wenn die da beiden bisschen durch die Gegend sliden, sollte ich mal so kleinere Hits mitgeben. Hm. Das ist smart, die Side-Bee. Weil in der Side-Bee ist er praktisch invincible. Du musst nur mit Schicke aufpassen, dass der Gegner dem nicht auf den Kopf springt währenddessen. Ja. Weil sonst, naja, kann sich ewig nicht bewegen. Ja. Liegt er so auf dem Rücken wie so eine Schildbröte halt. Ja. Oh, ja. Guter Versuch, war ein bisschen zu weit weg, Kian. Ja, und Sebi will jetzt hier sich selber den nächsten Match-Sieg holen. Oh, sehr aggressiv gerade Sebi. Das ist hier immer wieder... Oh! Okay, kommt sicher ran. Das ist schon wieder sehr knapp. Ja, das ist halt. Also, da darf keine Back-Air kein F-Smash kassieren. Ja. Und auch nicht so eine super early kill. Oh, doch, ist noch da. Ja. Und Sebi opfert auch manchmal Stage-Control für so einen Versuch, so einen Kill-Versuch. Das ist immer so lustig aus bei Glurak. Oh, das war's wahrscheinlich? Ja. Ja. Bei Glurak auch? Ja. Ja, wenn Glurak da mit seinem... Wenn er da so angeflogen kommt von der Seite und sich einfach selber damaged, weil er gegen die Stage kriegt, sieht das auch gut aus. Genau, so ein kleines bisschen Damage kriegt er da schon. Ja. Ist ja auch bei Pokémon so, bei Flare Blitz. Ja. Gibt immer Damage. Und wir sind jetzt im dritten Game. Jo. Und ich hab ja schon einmal gesagt, bei Sonic ist es so, je länger das Set dauert, er profitiert davon. Einfach weil, naja, der Gegner einfach Mürbel langsam wird. Ja. Und mit Sonic hast du halt diese Momente, wo du Luft holen kannst, wo du dann einfach Down-Bee spams oder Side-Bee mal machst und der Gegner muss zittern, während du halt einfach einfach mal Luft holen kannst. Und dann geht's weiter. Ja, den Charakter muss man wirklich erstmal ein bisschen kennenlernen. Der ist tricky. Ich persönlich auch nie ein großer Fan von Sonic im Bracket gewesen. Ich gehörte da immer zu den Leuten, die da so ein bisschen folden mit dem Stress. Ja. Nee, das ist ja auch, also du bist ja sowieso schon in einer Drucksituation und dann setzt dich Sonic nochmal so ein bisschen extra unter Druck. Das kann schon sehr schwierig sein. Aber jetzt haben wir erstmal das dritte Match hier. Aber es gibt auf jeden Fall kleine Sachen, die man gut machen kann. Also so die Eye, Smash die Eye auch bei ihm, die sehr wichtig sind bei Sonic. Und dann ist es halt natürlich einfach diese ganzen Tricks zu kennen, die B zu erwarten auch einfach. Ja. Oh, okay. Das könnte Damage sein. Ah, hält sie noch in Grenzen. Uh, ja, das ging schnell. 65 Prozent. Der Sevi hat hier sehr gut angefangen. Uiuiuiui. Hat jetzt aber selber sehr viel kassiert. Ja, der Ivy. Der Ivy rasiert. Okay. Also Ian holt sich hier den Stock. Ja, das macht er mal gut. Also er kommt immer gut zurück mit dem Momentum. Ja. Aber genauso gut muss er in Führung gehen mit dem Momentum. Also mal schauen. Okay, er hat versucht ein bisschen zu stallen und Damage zu machen, aber direkt in F-Smash. Ja. Direkt wieder auf Shiggy für den kleinen Damage, für die vielen kleinen Damage zahlen. Ja, da kommt er gut rein. Oh, wow. Ja, okay. Ja, es ist cool, wie er switcht und einfach die Kombo weitermacht. Ja. Und das schon sehr, sehr clean. Ist hier auch wieder in Kill Range, aber es reicht hier noch nicht ganz. Geht jetzt hier aber mit Jura gut. Für den Kill. Jetzt wird Sevi hier ein bisschen auseinandergenommen. Ja, jetzt wo er wenig Prozente hat, kann er halt auch endlich mal chillen so ein bisschen, aber ich glaube, das eine Game hat er auch zurückgeholt, Sevi. Das zweite Game war das, glaube ich. Oh, was passiert jetzt? Das ist ein Sound. Könnte Schiff gewesen sein, würde ich sagen. Könnte sein. Bei irgendeinem Alien oder so. Weil die US-Regierung hat Aliens bestätigt oder sowas. Keine Ahnung. Ja, und kurz danach. Jetzt sind hier alle da. Aber bisher wird sich gut gehalten. Ja, Ian, wie der hier jetzt mit viel Damage kassiert, kann Sevi hier eventuell noch mal Richtung Ausgleich schauen. Sevi hat auf jeden Fall gut zurückgeholt, ja. Oh, schöner Wechsel, aber leider wird den Berger getroffen. Oh, oh, oh. Die Flare Blitzes tun dann immer weh. Ja. Okay, der killt wieder, ne? Ja. Okay, war diesmal aber besser die Eid. Mal Ausgleich da. Frage ist, was kann Sevi vielleicht daraus machen? Okay, diesmal bleibt er auch auf Shiggy. Ja, man kriegt Shiggy besser Openings auf jeden Fall als mit den anderen beiden und der ist nicht so verbundbar, wenn er Lobprozente hat. Oh. Okay, Side B, ja, smart. Und jetzt versucht er auf den Kill zu gehen. Ja, okay. Versucht er mit der Abi. Oh, das sieht so gut aus. Oh, schön, Abi. Jetzt ist es hier wieder, ne? Ja. Jetzt wird das hier wieder ein Krimi. Kann hier wieder das ausbedeuten. Aber Sevi hält sich hier wacker und Jurak ist jetzt auch low. Oh. Oh. Es ist so knapp. Das ist echt gerade ein Krimi. Ja, ja, ja. Beide immer jetzt immer lieber nochmal dodgen. Das reicht für Sevi. Und damit geht Sevi jetzt in Führung und holt sich den Matchpoint. Das ist heftig. Uh, okay. Und wir haben es gesagt, Sevi kann sich hier das, äh, kann sich hier das Match, äh, vielleicht noch zurückholen und hat er dann tatsächlich auch gemacht. So sieht es aus. Obwohl er noch ziemlich stark zurückliegt, äh, zurücklag. Ian muss jetzt also hier eventuell den Ausgleich schaffen, um, äh, noch hier weiterzukommen. Wir sind im Loser-Breaket right? Ja. Ja, genau. Das heißt, wer raus ist, ist raus. Deswegen geht es um einiges. Äh, welche, welche Plätze haben die Spieler schon inne? Fünfter. Beide mindestens fünfter. Sehr schön. Der Sieger hier mindestens vierter. Das heißt, da auf jeden Fall schon einiges geholt. Aber jetzt kann Sevi natürlich den Sack zumachen. Oder, äh, Ian holt sich der Match fünf. Sevi fängt wieder stark an mit D-Damage. Ja, die Beide sind so ein bisschen vorsichtiger geworden. Bisschen mehr auf drei weiter. Ich finde es übrigens auch sehr gut, wie der Pokémon-Trainer einfach dann im Hintergrund rumsteht. Ja, hier, da, 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 dem ist beschlagen. Wenn man irgendwelche Anweisungen gibt, sieht sehr gut aus. das finde ich gut. Ja, tatsächlich, auf manchen Stages macht der Pokémon-Trainer das auch ein bisschen nervig, weil, je nachdem, wo er steht, er will immer im Bild sein. Oh, der App-Smash, wichtig. Er will halt immer im Bild sein und deswegen das Bild will ihn, besser gesagt, auch immer mit drin haben. Deswegen ist die Kamera manchmal komisch. Ah, okay. Das ist natürlich belastend. Aber hier jetzt sehr, sehr gut gemacht. Die liegt Sevi erst mal wieder hinten. Frage ist, wie viel Damage kann man jetzt noch machen, bevor man das nächste Mal selber ausscheidet. Okay, halt ihn Offstage. Das Feuer ist so ein Wies, da muss man halt reinjumpen. Ja, ganz am Ende ist es so, dass du nicht so wirklich getroffen wirst davon. Du kriegst den Schaden, aber du wirst jetzt nicht irgendwie aus der anderen Dimension gefeuert oder so. Okay, 19% ist moderat. Geht schon besser. Genau, das hat man eigentlich in einer Kombo wieder drin. Vor allem hier mit Shiggy. Das ist crazy, wie er immer irgendwie zum Fassumlück kommt. Ja. Das ist echt guter Schaden hier von Sevi. Oh. Also da hat schon mal jemand ein, zwei Mal Sonic gespielt tatsächlich. Ja. Ja, er hat mir gerade erzählt, er hat vorher Donkey Kong gespielt und dann ist er zur bösen Seite der Macht gewechselt. Oh, schöner Tag. war auch wichtig, sonst hätte er noch mehr Damage kassiert. Was er jetzt gerade tut und oh. Also wenn du von, also es ist einfacher, du raks Detacks zu dodgen, aber wenn du getroffen wirst, dann knall die halt auch. Oder will die Damage machen mit dem Feuer? Okay, nur ein bisschen. Naja, reicht noch nicht ganz. Aber das reicht jetzt. Und jetzt ist es eben hier die Möglichkeit für Sevi den Sack zuzumachen. Oder für ihren auszugleichen. Oder für ihren auszugleichen, ganz genau. Beide hier desperate nach dem Wind. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Set. Ja. Viele Prozente schon gesammelt. Oh, er hat ihn erwischt. Bisher hat Sevi in diesen letzten Situationen eigentlich immer die Oberhand gehabt. Vielleicht kann ihren sich jetzt aber hier zurück holen. Ja, auf jeden Fall. Also er hatte ja auch teilweise ein paar Early-Kills mit Ivy. Ich glaube halt, dass er am ehesten Early-Kill mit Ivy bekommt. Oh, oh, und Abi-Kill. Oh, sehr, sehr schön gemacht. Du hast es gerade erwähnt. Genau, das meine ich. Und dann passiert das und damit gehen wir in Game 5 hier in der Begegnung. Schon wie in deren ersten Begegnung heute. Ja, genau. Also Sonic immer Krimis. Ja. Immer Krimis. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Puh. Ei, ei, ei. Jetzt gibt es natürlich wenig gespielt. Der Funk-Ashman sehen wir als nächstes. Und wir sehen hier schon die Sonic-Musik. Da wird jetzt, äh, da wird richtig eingefahren jetzt. Ich bin mal gespannt, was gepickt wird. Pokémon Stadium vielleicht. Da hat er das als Counter-Pick. Oder vielleicht FD. Nee, FD wird gebannt. Gegen Sonic 100 Pro. Final Destination hat keine Plattform, deswegen. Okay, Battlefield. Okay, Live and Learn. Auch coole Musik von Sonic Adventures 2 feiere ich auf jeden Fall. Also, das Spiel war so cool. Heutzutage, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen zu alt geworden, aber ich kann keine Sonic-Spiele mehr spielen. Die sind, die sind alle so hektisch. Ja, vor allem, es kommt ja jetzt bald wieder eins. Ja, echt? Und das geht auch wieder mehr Richtung die alten Sonic-Teile mit 2D-M3-Srensen und so. Was alles. A und B, Sprung. A und B und, ja. Also, Sebi versucht aber auch in alles reinzuhacken, ne? Ich weiß gar nicht, ob du das schaffst bei Glurak, weil der hat auch Invincibility, aber ich glaube nur ein Start-Up. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Sehr, sehr aggressiver Sonic-Spieler. Und das ist ein normales Sonic diesmal. Ja. Mal zu den Klassikern zurück, aber jetzt hier mit Glurak zeigt sich gerade wirklich sehr gut. Ja, Ian spielt gerade so ein bisschen ruhiger als sonst. Jetzt geht ihm so langsam der Schild aus und das ist immer eine ekelige Situation gegen Sonic, wenn der Schild langsam runtergeht und die Backer killt, ne? Backer killt noch nicht. Selbst mit Rage, wir haben eben gerade gesehen, so bei 160 oder sowas ist Glurak dann irgendwann weg. Ja. Oh, okay. Kommt ran. Kommt auch von der Edge weg. Nein. Ja, die, die, äh, get up attack, ich weiß nicht. Dann geht Sebi hier jetzt erstmal in Führung und will natürlich jetzt wieder Damage rausholen. Backer killt fast. Und dann versucht es mit Danair. Reicht noch nicht ganz. Downair vielleicht. Ja. Ja. Okay. Wir haben hier komplett even Match wieder. Ja. Das ist echt krass. Das ist so ausgeglichen. Das kann die ganze Zeit in beide Richtungen irgendwie gehen. dann kann er das auch nicht abbrechen einfach. Wenn er dann doch keine Situation sieht zum Losfahren, sagt Sonic einfach, gut, dann fahre ich halt nicht los. Ja. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich schwierig gegen, ja, zu spielen. Also Sonic ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Charakter. Ja. Sieht man online vor allem sehr viel. Da kannst du noch schlechter auf seinen Staff reagieren. Und da ist das wirklich ein Albtraum. in 4 hast du jetzt ja auch 0 Ping, weil du ja ab derselben Konsole spielst. Ja. Und dann online hast du ja direkt irgendwie diese 20 irgendwie drin. Ja, 7, glaube ich. 7 Frames waren das oder sowas. Ja. Und das macht schon einen Riesenunterschied auf jeden Fall. Oh, oh. Ja, vielleicht wieder der Early Kill. Big Damage hier gerade. Gutes Momentum von Ian. Versuchts da auszugleichen, hätte ich fast gesagt, aber hier einen großen Schritt nach vorne zu machen, aber klappt nicht ganz. Oh, Sprung, Abdi, ja. Kommt noch ran. Jetzt natürlich auf Glubuck. Oh, die Backair. Oh, man versucht's. Beide versuchen's. Ei, 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 ei. Ei. Auch noch keine SDs oder sowas von, äh, von Sebi. Okay, Upflow vielleicht. Auf der obersten Plattform Killed. Okay, also, Ian geht in Führung, hat hier den Big Buddy draußen. Mal schauen, ob er vielleicht doch nochmal wechselt. Aber ich denke mir, er wird bleiben auf Glurak. Allerdings an der Edge immer super strugglig für ihn. Ja. Okay, ich kann da so ein bisschen Damage machen, aber das ist nicht wirklich Damage. Das ist aber Pienats. Ah, nicht ganz rangekommen. Kann ich kein Momentum richtig aufbauen. Okay, hat er Stage Control bekommen? Oh. Psst. Nein, leider nicht. Aber 0% und killt trotzdem. Und damit jetzt die beiden letzten Stocks das Entscheidende hier jetzt. Richtig sehr, sehr spannend. Und man geht hier wieder mit dieser Floor ran. Und vielleicht für den Early Kill schauen wieder. Ja, Bisa Knoss macht hier den besten Damage auf jeden Fall in diesem Set gegenüber Sonic. Die Side-Ease haben fast noch gar nicht getroffen. Oh, jetzt wo ich es gerade sage. Kommt sie. Und? Und das war's. Und das war's. Er holt sich das Set. Oh, das war ein krasses Set. Ja. Das war ein echt heftiges Set gerade. Oh. Ja, ja. Auf Wiedersehen.